Hallo von meiner Seite aus. Ja, wir freuen uns natürlich mal so was zu probieren, wie wir es heute hier probieren. Das ist natürlich nicht das, was wir gewohnt sind, aber wir freuen uns natürlich erstmal, dass wir die Pressekonferenz so stattfinden lassen können. Also meine Einschätzung ist klar, wir werden einen starken Gegner am Sonntag auf uns zukommen sehen und werden natürlich versuchen, diesen Gegner schwerstmöglich zu bearbeiten, dass es nicht so einfach hat, hier in unserer Arena sein Spiel reinzufinden. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Ich glaube, für alle Mannschaften gilt es, schnellstmöglich in diese Situation reinzukommen, nach einer langen Pause, ohne jetzt die großen Tests gehabt zu haben, sondern nur über das Training und zum Teil über Gruppentraining da reinzukommen. Das ist sicherlich nicht das Einfachste und da geht es eben darum, am besten darauf vorbereitet zu sein, den Kopf darauf eingestellt zu haben. Ich glaube, dass wir das in den letzten Tagen und Wochen getan haben und den Jungs eben auch diesen Tag X oder auf diesen Tag X so vorbereitet haben, wie es bestmöglich überhaupt möglich ist. Ja, weil, wie gesagt, wir kennen das alles nicht, die Erfahrungswerte sind nicht da, aber wir müssen am Sonntag versuchen, eben diesen Gegner zu bearbeiten und versuchen, dieses Spiel und diese Punkte bei uns im Stadion zu behalten. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube schon, dass wir uns bestmöglich darauf vorbereitet haben. Ja, also wir sind jetzt auch in den Trainingseinheiten. Natürlich merkt man, dass wir uns immer mehr noch ein bisschen dran gewöhnen müssen an die Kontaktgeschichten. Ja, wir müssen noch ein bisschen aggressiver werden, den Kontakt noch weiter suchen. Ja, das war ja das, was wir jetzt im Endeffekt in den letzten Wochen nicht so tun konnten. Wir konnten uns fitnessmäßig perfekt vorbereiten. Wir konnten in der Technik arbeiten. Wir konnten in Abläufen arbeiten. Ja, nur diesen Körperkontakt konnten wir nicht haben. Wir konnten läuferisch abstoppen, Richtungswechsel, Sprinten, längere Läufe. Das war alles machbar, was man im Fußball im Endeffekt auch braucht. Nur eben diesen direkten Körperkontakt, der war eben nicht da und da mussten wir uns jetzt die letzten zehn Tage darauf einstellen. Und wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass es jeden Tag besser wurde. Ja, wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen. Die Jungs mussten sich da auch wieder reinfinden und das haben sie dann im Laufe dieser Woche sehr, sehr gut gemacht. Ja, natürlich haben wir Informationen. Und ich glaube auch nicht, dass der VfB jetzt großartig was geändert hat in den Corona-Wochen, dass sie irgendwie ihr System verändert hätten oder sonstige Dinge. Ja, da wird man darauf achten. Sie haben eh zwei, drei Möglichkeiten, wie sie auftreten können. Und da müssen wir uns eben auch darauf vorbereiten. Wir haben den Gegner ja auch analysiert. Schon im Vorfeld vor der Krise oder vor der Pause, die da war, haben wir im Endeffekt den Gegner schon analysiert. Und da ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da meilenweit davon weggehen. Wichtiger ist, glaube ich, dass wir einfach reinfinden in unser Spiel, dass wir das auch schnellstmöglich hinkriegen und den Gegner, den kennen wir. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und das ist eine große, eine große Truppe, die, die natürlich viel vorhat. Und wir wissen aber auch, dass wir viel investieren können, müssen, um diesen Gegner zu schlagen. Und das haben wir auch schon gezeigt. Nein, die Spieler müssen natürlich versuchen, auf dem Platz so frei wie möglich zu sein. Ja, und da eben versuchen, auch alles so umzusetzen, wie sie es sonst auch gewohnt sind. Und ich glaube, dass man einfach sensibilisiert ist aufgrund der letzten Wochen. Ja, dass man sich da sicherlich dann auch schon ein bisschen darauf vorbereitet hat. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir schon Fußball spielen und eben alle Gegebenheiten gegeben sind und alle Vorgaben umgesetzt haben, dann ist es unheimlich wichtig, den Jungs dann auch auf dem Platz wirklich auch das Spiel spielen zu lassen, ihren Beruf ausüben zu lassen. Und da sollte man vielleicht auch mal, gerade in den ersten Wochen auf jeden Fall drüber weggucken. Wenn jetzt einer aus Versehen mal auf dem Platz dann spuckt, dann ist es sicherlich keine Absicht oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach dann in der Aktion drin. Und es ist sicherlich eine schwierige Situation. Aber ich glaube, da dürfen wir die Jungs auch nicht jetzt großartig verfrachten. Und dann würden wir das Spiel verändern. Und das will ich nicht. Ja, sondern man muss gucken, dass wir ein normales Fußballspiel haben. Ich habe ja schon gehört, da gab es einen Kollegen, der mal gefordert hat, keine Standards oder keine Eckbälle und sonstige Sachen. Dann würde ich eher sagen, dann lassen wir es noch. Ja, aber ich glaube, wir sind alle so gut vorbereitet. Wir haben alles dafür getan. Ja, wir haben alle Mannschaften, alle 36 Profivereine haben wirklich sehr, sehr viel dafür getan, dass es möglich ist, dieses Spiel zu spielen. Es ist kein normaler Alltag, kein normaler Fußballspiel, so wie wir es alle lieben, sondern es ist eine Notlösung. Aber diese Notlösung ist eben absolut nötig, um auch in Zukunft unseren Sport weiter ausüben zu können. Und deswegen sage ich, müssen wir damit klarkommen. Und wie gesagt, man sollte auch den Jungs ein bisschen eine Freiheit geben, dass aus Versehen vielleicht auch mal was passieren kann. Selbst, dass mal der eine vielleicht den anderen abklatscht, solche Dinge, die passieren einfach in der Emotion, in den Situationen. Und wie gesagt, wir haben alle viele Tests hinter uns. Wir haben im Endeffekt sehr, sehr viel dafür getan, dass wir in diesem Spiel versuchen können, Fußball, Sport ganz normal auszuüben. Wir hatten ja die letzten Wochen eigentlich und auch Monate schon, also vor der Pause, eine sehr, sehr gute Kadersituation. Wir haben jetzt wirklich fast ein halbes Jahr, sage ich jetzt mal, mit sehr, sehr wenigen Verletzungen zu tun gehabt. Wir hatten noch ein paar Langzeitschäden, sage ich jetzt mal, mit Jules Schwadorf und mit Patrick Schönfeld. Wenn Patrick Schönfeld nicht die Blinddarm-Operation gehabt hätte, dann sage ich, wäre er auch schon voll bei Kräften und würde der Mannschaft auch schon helfen können. So ist es im Moment noch so, dass er im Aufbautraining ist, aufgrund der Blinddarm-Geschichte, die er hatte und deswegen der Mannschaft nicht zur Verfügung steht. Wir hatten auf jeden Fall weniger Infektionen und Krankheitsfälle im März, April, denn als jemals zuvor, in den Jahren davor. Da gab es auf jeden Fall mehr bei uns, was Krankheitsfälle angeht. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein gutes Zeichen, dass die Jungs einfach aufgrund des geringen Kontaktes überhaupt nicht krank werden konnten. Und das ist dann eben auch positiv. Und die Kinder mussten ja auch leider zu Hause bleiben. Das ist ja auch das Dramatische einerseits. Andererseits konnten sie damit auch keine Krankheiten mit nach Hause bringen, keine Infekte. Und wie gesagt, die Jungs waren jetzt topfit. Wir haben diese Wochen genutzt und haben versucht, eben das Bestmögliche draus zu machen. Ich glaube, dass die Art und Weise, wenn man in ein Spiel geht und sagt, es ist das letzte Spiel oder es könnte das letzte Spiel sein, ist immer gut. Und zwar gilt für alle Spiele, gerade auch Pokalspiele. So einen Pokalspielcharakter kann man mit reinnehmen, dass man einfach sagt, man konzentriert sich voll auf diese Partie. Wir machen eigentlich nie was anderes. Wir gehen immer in ein Spiel rein, konzentrieren uns auf das eine Spiel und denken nicht darüber nach, was in den nächsten sieben oder acht Wochen noch passiert. Sondern wir konzentrieren uns auf dieses Spiel und wollen natürlich auch immer, wenn die Möglichkeit besteht, unsere Position verbessern. Und das heißt, wir wollen gewinnen. Wir müssen das Spiel gewinnen, um uns zu verbessern. Und deswegen ist das auch die klare Vorgabe für den Sonntag. Es wird sich sicherlich keine fünf, sechs Positionen verändern. Es ist immer möglich, dass ein, zwei Situationen sind. Wir hatten auch Kleinigkeiten, wo wir mal kurz den einen oder anderen aus dem Betrieb rausnehmen mussten. Niki Dams hat ein bisschen Probleme gehabt, aber ist jetzt auch wieder voll im Training drin. Von daher kann es immer mal geben, dass es Veränderungen gibt. Aber die Mannschaft, die im Endeffekt in Osnabrück aufgelaufen ist, wird sicherlich auch der Großteil derjenigen sein, die am Sonntag auflaufen. Ich habe noch nie so oft die Chance gehabt, fünf Spiele auszuwechseln. Das heißt, ich muss auch meine Erfahrungswerte sammeln, wie es jeder im Endeffekt auch sammeln muss. Und deswegen müssen wir mal abwarten. Taktisch würde es dann helfen, wenn ich am Ende Zeit spielen könnte. Aber das ist ja nicht gegeben, weil wir die Regel ja gut eingeführt haben. Und das ist dann auch, glaube ich, ganz gut so. Weil da würden wir uns sonst nur gegenseitig aufregen übereinander. Aber ich glaube, dass die Regel so in Ordnung ist. Und ich glaube nicht, dass sie taktisch hilft. Wenn, dann hilft sie eher wegen der Regeneration bzw. wegen Verletzungsrisiko. Wobei ich da auch bei mir überhaupt keine Bedenken habe, weil die Jungs, wie gesagt, jetzt eine Vorbereitung hatten. Bis auf Kontakt war alles dabei. Und wir haben alles umgesetzt. Und wir sind topfit. Wir haben hervorragende Werte. Wir sind frisch. Wir sind bereit und freuen uns einfach auf diese Partie. Und werden dann schauen, was für Regeln wir anwenden dürfen. Bis dahin.